Okay Ach Timo ist so scheiße Er kommt unten an und verkackt erstmal ne Runde Rrrr Wirk Reierkotz, wirk Und wer stirbt? Ich versteh nicht was die mal auf meiner Solo-Lane machen Beide sterben Na, stay yourself Na ist der schon wieder da? Na, Kali hat doch keinen Bock mehr auf mich Ne Ahnung Die mag nicht mehr War die unten oder was? Ja, die haben nix hin die ganze Zeit hier unten Schmeiß nicht mehr Ja, aber direkt einfach nur Imbar hin Ja, und da immer noch drei oben hängen Weil Twitch jetzt auch hier ist Okay, na, ist das schon mal weg Oh, okay, weg du Panner Ich level über dir, du Noob Komm mal her, hier Na, geh halt Schmeiß nicht mehr Schmeiß nicht mehr Hast du zu stehlet, du Ripple oder Ripple? Jaa Jaa War auch nicht so geplant Ich... Der Typ wollte weglaufen, der Twitch in Busch Und... Oh, T-Mustrum, ich habe einen Schreck bekommen. Ich werde gerade kurz von Xyndos runtergenommen. Oh, das stimmt. Ja, Mana Shield des Todes! Xyndos ist böse, das kannst du nicht anders sagen. Ich verstehe nicht, warum sie jetzt immer alle bei mir hängen, weil ich Levelnachteile kriege dadurch. Mach was du ihr wollt. Wir haben noch schöne Kräner. Vollidiot, ich bin Blitzcrank. Es ist langweilig, Kinder. Kinder, schau aus den Wind, der schlaf. Dein Einsatz? Ha? Ha-hu, Spartaner, seid ihr mit mir? Ja, gegen den Rest der Welt und so. Ha-hu, und so. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass das ein Song ist von einem... ... guten Musiker namens Casper. So, oben sind vier. Cas is back! Aber sowas von. Cas is großes Tennis wie Volleyball. Wo bin ich gefeiert... לשEN Weisbarkeit. Shades bevathed? Jan Ja. Er hat einen... neuen Song ... und der ist verdammt geil. Welchen meinst du? Er hat Jahre geile Songs. Ja, er hat ganz viele geile Songs. Aber er hat jetzt wohl einen neuen rausgebracht, von seinem neuen Album. Oh. Ich würde es sehr gerne. Ok, Xen ist wieder da. Und er mag mich nicht. Geh mal, geh mal ein Stück. Das ist so geil. Ich mach' übertaktet an und hab'n Laufendung von 445. Komm' da mal hinterher, die Penner! Maka, du bist LEGENDÄR! Let's bury! Wie kann der auch kaum zurückhalten vom Stöhnen her? Jep, so sieht das auch so nicht anders aus. Xen, komm noch ein Stück in einen Turm ran, dann kann ich hier neben dem Turm ziehen, dann klatsch dich eine Runde und alle sind glücklich. Ich hab' sechs Tränke, ich glaub' ich verkauf' mir ein paar. Irgendwie sterb' ich ja nicht. So. Oh, feige Dreck-Sorgersellig. Xen rennt vor mir weg, das ist so göttlich. Naja, Xen ist ein Champion, der hält nicht viel aus. Viele denken immer, der ist über Pornage, aber so wie ihn die meisten spielen zumindest, hält er einfach nichts aus. Und das verpeilen viele. Wenn ich das wieder richtig getimed krieg' und ich ihn neben meinen Tower zieh, wenn der Tower auch mit angreift, dann ist der weg. Ach, der muss gar nicht richtig getimed sein, Junge. Du kriegst grad mal Besuch von mir. Ja, dann können wir ein bisschen rocken. Kann das auch da sein. Ja, aber es wird dann in der Mitte kurz geklatscht. Ah, der schafft hier zu zweit, oder? Muss ich keinen Case sehen. Ja, der schafft hier zu zweit. So lange hat's eben dauert. Aber jetzt lass ich hier mal kurz den Turm durch den Puschen. SWIFTNESS? SWIFTLY! SWIFTLY! Gut. 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 Ich find die Ulti von Blitzcrank auch ziemlich krass zum Farmen. Also ich stand grad neben dem Turm, damit ich bisschen länger pushen konnte, hab ich einfach mal auf meine Ulti angemacht. Die ganze nur was Seilen um mich rum waren weg. WCH weg. Ist recht praktisch. Soll ich natürlich ihm eigentlich recht gerne Manaimmune kaufen. Was mach ich jetzt auch, kackendreiß wie ich bin. Achja, Cass ist großten Tennis wie Hollywood. Einmal hatten wir schon. So, na gut. Ich brauch's noch mal jeden Tag. Auf jeden Fall, das was ich meinte, ist Cass hat einen neuen Track raus. Und zwar ist der aus dem neuen Album und heißt So Perfekt. Und das ist eigentlich ein Feature, das er mit einem anderen Rapper zusammen macht, den du auch kennst. Und zwar ist das Materia, hab ich dir auch schon mal gezeigt. Und äh... Der Titel ist gestern das erste mal im Radio released worden, irgendwie. Er war da wohl als Feature gezeigt worden. Total geil, deswegen. Er hat eine total geile Message. Komm mal, ey du Pänner. Ich muss noch einen verfickten Schlag setzen. Dann ist er tot, komm her. Ok, das ist erledigt. Und Schlipp. We do what we do Aua, 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 aua So ne Fotze, ne? Weil er mich viert, dreht sich Lee Sin um und, na, guckt in die andere Richtung Achso Ich hab noch mal kurz Xim geklatscht, lass uns den Turm jetzt klatschen Das muss es auch mal sein Warte, ich mach die mal kurz weg Ja Nice miss, guys Echt geil, Leute, ihr habt das drauf, ihr seid die geilsten Los Wollen die mich sogar schon zur dritten klatschen, ne? Ja, das ist so wichtig, die klatschen, danke Es ist langweilig, in der Tark, in der Morsche Braindness is no impairment against a smerry enemy Where am I needed? Braindness 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 Ich seh nichts, mach mir das Licht an. Ah, was hat mich getötet, oh nein, er hat so ein episches Lack des Grauens, was hat er gemacht, was hat er gemacht, was hat er gemacht, was hat er gemacht, ich springe hin, weil ich dachte ich klatsche ihn, wenn ich hin springe, was ist, genau in dem Moment, wo ich in seine Nähe komme, mit seiner Passiv aktiv, und sein Splash Damage klatscht mich kaputt. Oh, das ist nicht so schön. Nein. Ja, nein. Komm mal einen Schritt näher, Akali. Lange der Turm auf mich drauf klatscht, das ist so unschön. Ich glaube, ich habe sogar eine SIS dafür gekriegt. Die Tauern geht auch da. War okay. Kann man mit leben, ne? Sehe ich auch so. Ich dachte mal, Drachmo. Ich bin noch auf dem Weg. Aber ich kann nicht mehr viel tanken, ich habe nicht mehr so schrecklich viel Leben. Ja, ich tank, kein Problem. Alter, was fährt denn hier längs? Motorradgang, yo! Hells Angels! Ah, ah, ah! Daneben. Ganz klar, der ist gar nicht da. Hm, toll. Wollen wir mal den Ars ausklatschen? Ich kann ihn ranziehen, wenn ich es hinkrieg. Klar, gerne. Das ist gut getan, by the way. Ähm. Komm mal her, hier. Hey, geil, erwischt. Du bleibst hier. Oder halt. Aua. Klatsch dich. Lauf, 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 lauf! Ich sterbe! Nein, mein Schild. Schild des Todes! Ich werde ... Nämlich wieder deutlich mit preschen, wenn ich endlich wenn, dass nur ich mich erholt! Ich will ... Ich optimistic! Tra業 siempre! Das ist langweilig, in der Tat. Gehen wir mal. Läuft! Kommt ihr in meiner Mitte zu Hilfe! Weiuiuiuiui... Ah, Greiferle des Todes! Kommt, hey, Wichser! Twitchig selig. Ich glaube, ich habe Twitch echt noch angezogen. Ich glaube, er war unsichtbar dabei. Das war nicht so praktisch. Aber das war nicht so praktisch. Ja, ja. Manaschild des Todes! Ihr könnt nicht mal. Huiuiui. Das klappt, aber schon. Ich dachte, ichци Akali nochmal vorher ran. Habe ich mir nicht überlegt. Find your center Golems, die Rassen, die Rassen Waste not a minute